Servus und hallo zu Shady Part of me. Es wird, es wird wirklich immer schlimmer. Du solltest dich auf deine Erinnerung konzentrieren. Also, ich bekomme hier gar nichts mehr hin, alleine. Du machst was, fährst daher. Konzentriere dich auf deine Träume. Ah, hier dürfen die jetzt nicht gleichzeitig genutzt werden. Ist okay. Ah, nicht so tragisch. Was passiert, wenn ihr... Hier kann ich so ein Teil einsperren. Muss man ganz am Anfang zurückspulen. Hier, 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 hier. Gut. Du bleibst jetzt mal, wo du bist. Okay. Und was machst du? Du verschiebst mir die da her. Konzentriere dich auf deine Träume. Macht doch null Sinn, oder? So. Der bewegt sich daher. Was macht dieser Hebel? Ich verstehe nicht, was die machen. Und was man die Kiste bringt. Ich bin echt so doof, das zu überreißen, nur was man die Kiste bringt. Auf deine Fortschritte. Ja. Warum auch immer und wie auch immer, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum. Aber es ist geschafft. War jetzt irgendwie, ich weiß es nicht. Du solltest dich mehr anstrengen. Ich will mich in einer dieser Kissen vergessen, zusammen mit den anderen alten Sachen. Hochgradig depressiv, oder? So. Weitergehen heißt nicht vergessen. Okay. Hier haben wir einen Hebel. Der macht was. Ich weiß, dass du das schaffst. Oh Gott. Ja. Lustig. Lustig. Hebel drücken. Und ziehen. Versteht da. Also. Verstehen wir wollen. Ja. 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 Ist okay. Lass mal mal so. Warum kommen wir jetzt mit ihr nicht hin? Ah, ist das doof. Ja. 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 Leicht das für hier zum hinten drüber gehen? Nein. Natürlich nicht. Okay. So. Jetzt aber. Ups. Wir bleiben. Du musst deine Unschlüssigkeit akzeptieren. Sie ist ein Teil von dir. Und wir müssen uns ein klares Ziel setzen. Gemeinsam. Bitte lass mich nicht hier zurück. Oh oh. Ich wollte ihn. Okay. Okay. Wegen irgendeines bricht da zusammen. Irgendeine Erinnerungen, irgendwie Zeug. Ich bin nicht nur eine Erinnerung. Ich bin doch da. Und wenn du genauer hinsiehst, was siehst du? Wenn ich genauer hinsehe. Akt 4. Hinter der Bühne. Okay. Dann schauen wir mal. Wenn ich genauer hinsehe, sehe ich alles. Wo ich bin. Was ich tun muss, um rauszukommen. Da ist sie. Okay. Folge meiner Stimme. Ich würde mich interessieren, wie viele Akte das Spiel hat. Oder wie viele Kapitel. Ich glaube daran. Vertraue mir. Das Ding kann ich wieder verschieben. Irgendwohin. Hm. Das kann ich aber noch vorne verschieben, oder? Sehr gut. Ja gut. Ich glaube daran geht. Vielen Dank.